Hey Freunde, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin letztens auf etwas sehr, sehr Witziges gestoßen. Und zwar Fortnite.io. Das ist ein kostenloses Spiel, könnt ihr im Browser einfach spielen. Das ist ziemlich witzig. Es ist halt einfach wie Fortnite in 2D. Das ist ziemlich cool. Und ja, ich will euch einfach mal zeigen, wie das Spiel so funktioniert. Vielleicht zocke ich das auch mal öfter. Warte, ich mach hier kurz auf Vollbild. So. Man kann sich auch, by the way, einloggen. Das hab ich jetzt nicht gemacht. Werde ich vielleicht mal irgendwann machen, wenn ich das Spiel öfter spiele. Ich weiß nicht, ob ich es öfter mal spielen werde. Ist aber auf jeden Fall ziemlich witzig. Man kann hier so Sachen auch abbauen. Es gibt leider keine Spitzhacke. Also man schlägt's mit der Faust so. Und man kann auch leider nicht bauen. Aber das wird vielleicht irgendwann noch eingefügt. Okay, wir landen mal hier. Hier ist eine Lootbox. Deswegen ist das ziemlich geil, wenn wir hier landen. Warte, so kann man schneller. So, wir bauen das mal auf. Nein, wir haben nur Tränke. Wir haben gar keine Waffen. Ja, das ist jetzt beschissen, ne? Jo, der hat eine Kreissäge. Okay, Schill. Was? Woher bekommt man eine Kreissäge? Na, Bro. Das ist schade manchmal. Es macht auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und wenn man da drin ein bisschen geübt ist, dann ist das auch nicht so schwierig, am Anfang so zu überleben. Das ist halt wirklich nur so... Oh, ich hab ne Waffe. Okay, gut. Was ist das? Ne Pistole, oder? Oh, der lasert ja anders. Okay, der hat eine AR. Das ist cool. Ähm, wir laden mal nach. Oh, der hat so eine AK. Also, die chestt man nicht. Was ist das? Oh! Oh, das ist ne Bombe. Ja, Mo. Lass mal hier so Lucky Lake landen. Sieht irgendwie cool aus. Oh, hier gibt's auch Geschenke. Wie cool. Jetzt landen wir hier. Jetzt natzen wir den Bre. Komm. Unser erster Kill. Ja. Unser erster Kill. Let's go. Okay, wir holen nochmal so ne Lootbox. Okay, das war ne Granate. Oh, da ist jemand. Bup. Okay. Geil, Double Kill. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber... Oh, die habe ich noch nie gesehen. Oh, die sieht voll stylisch aus. Wir haben aber noch kein Blue Shield gefunden. hier ohne panke an das finde ich schmacken fahrts jetzt wahrscheinlich jemand gestorben die border was es gibt hier auch eine zone das wusste ich gar nicht das wusste ich gar nicht dass hier auch eine zone gibt ja doch ist ja eigentlich klar aber ich bin irgendwie dumm ich bin ein bisschen hohe kann das sein kann man munition aber das brauche ich nicht die sieht schmackhaft aus aber da hinten ist ein gegner wir haben uns gegenseitig gekillt habt ihr das gesehen freunde oh mein gott wir haben uns gegenseitig gekillt oh wie witzig okay wir landen diesmal erstmal mystic forest landen sieht auch irgendwie interessant aus hier sind wir vorher gelandet wir landen mystic forest das müsste hier sein und dann landen wir mal bei so einer lootbox hier bähm ah nein das war keine lootbox nein 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 jetzt habe ich gar keinen loot hier hier gibt es aber auch nichts also hier lol hey lol hier gibt es ja ich kann ja übelst reinhauen hier oha hier gibt es auch so eine ska ähnliche ah ne die haben wir schon ne oh stör mich nicht wenn ich dir was erkläre oder wenn ich was sage das ist so eine mp glaube ich ne oh hier haben wir blueshield das ist hier lila in diesem spiel aber ich werde wahrscheinlich trotzdem die ganze zeit blueshield sagen weil ich bin das von fortnite gewohnt so wir haben hier eine tommy gun wie geil hätte es voll entspannt leute auch an alle handy spieler ihr müsst das nicht am pc spielen also man kann es auch am handy spielen ich glaube man muss sich das da runterladen nicht gesehen habe ich weiß nicht ich habe ein iphone vielleicht funktioniert es auf samsung über browser weiß ich nicht auf jeden fall wenn ihr auf apple seite müsste ich euch runterladen bei samsung weiß ich gerade nicht aber ich glaube dann bei samsung auch vermute ich mal aber macht auf jeden fall spaß das spiel ihr könnt es auch mal ausprobieren gerne genau wenn man eine sniper hat das habe ich auch gesehen wenn man eine sniper hat ist so das ziel so ein bisschen größer ist natürlich voll geil so ich muss jetzt den kurz snipen hier oh nein er hat mir nicht gegeben schade aber wir wurden sechster ist ist gute platzierung gute platzierung man ja auf jeden fall kann ich euch dieses spiel empfehlen schaut es euch an ist nice für zwischendurch so mal oder auch am handy am handy ist bestimmt auch geil ich habe es jetzt nur am pc gezockt aber am handy wahrscheinlich auch ja ansonsten was das mit dem video wird wahrscheinlich nur ein kurzes video aber ja hau schreien tschau tschau